Zwölf Karten zu einem Krass. Eine noch in dessen Mitte. Deckst du diese letzte auf, nimmt die Lesung ihren Lauf. Das ist ja unheimlich. Ich weiß, irgendwie ist das Ganze deck strange. Wo hast du das her? Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, niemals die Karten eines anderen zu nehmen. Wen juckt's? Wer fängt an? Folge den Regeln, meide die Gefahr. Hallo? Das Deck eines Fremden ist unberechenbar. Was zur Hölle. Der Eremit! Magier! Hohe Priesterin oder der Tod! Wessen wässig wirst du sehen, wenn dein letzter Atemzug droht. Tod! Wer ist der Nächste? ARD Text im Auftrag von Funk